Meine Freundin Beinhaber, warme, warme Beinhaber, das ist doch zu mir. Die Begienheit, und zwar handelt es von einem guten Freund, seinem Onkel, der hat einen Bekannten, der war mal als Handleiter bei ihm, und von ihm der Bruder, die Schwester, mein Freund, er kennt einen und dem ist das wirklich passiert, die Geschichte. Das imitate ich der Spiegel 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 weiter nach unten ist da was zu viel ein Schrei kaum mit Stil kaum mit Stil kaum mit Stil und schützt nach draußen nicht sie weg macht sie auch auf dem Weg zur Kleidung am Bett sie ist traurig und verletzt macht sie auch auf dem Weg zur Kleidung am Bett wenn wir uns zusammen ist doch nur ein Spiel was soll's? kaum mit Stil 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 und das bleibt ein schwarzes Na, eben nichts kaum mit Stil kaum mit Stil kaum mit Stil kaum mit Stil